Sehr geehrte Festgäste, liebe Freunde und Freundinnen, 15 Jahre ZARA, das ist natürlich ein ganz toller Geburtstag, zu dem wir alle hier, die wir hier versammelt sind, sehr herzlich gratulieren. ZARA ist seit der Gründung 1999 aus einer ehrenamtlich betriebenen NGO mit vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine große, professionelle, überall gegenwärtige, wie wir gerade gehört haben, und allgemein anerkannte Institution mit 40 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geworden, im Kampf gegen Rassismus und Xenophobie und in Unterstützung der Zivilgesellschaft, gegen Diskriminierung und Rassismus jeglicher Art. Wie wir auch schon gehört haben, und ich wiederhole das jetzt nur kurz, ZARA hilft, unterstützt, begleitet, führt Beratungen durch, in etwa über 1000 Beratungen jährlich, das heißt mindestens drei täglich, dokumentiert und führt Buch, leitet Workshops zur Sensibilisierung, Trainings zur Rassismusprävention, 2014 etwa werden es insgesamt 102 Trainings werden, Unternehmungsberatung zur Antidiskriminierung am Arbeitsplatz und ist auch immer wieder sofort erreichbar für jene, denen Unrecht zugestoßen ist. Unrecht aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Kleidung. Mit einem Wort aufgrund ihres Aussehens, ihrer scheinbaren Andersartigkeit, die für manche bedrohlich wirkt. Aufgrund einer steten Politik der Angst werden unschuldige Menschen ausgegrenzt, unflätig beschimpft und gedemütigt, ja auch gefoltert und geschlagen. Im Jahr 2013 hat ZARA in dem Rassismusreport 731 rassistische Vorfälle dokumentiert. Davon waren 53 Beschmierungen, 47 Prozent der Klienten waren Frauen, 42 Prozent Männer, 1 Prozent wurde anonym gemeldet und 10 Prozent von Organisationen. Diese Zahlen sind seit Anbeginn in etwa gleich geblieben. Es sind immer zwischen 700 und 800. Schauen wir uns kurz eine Tabelle dazu an. Ich weiß, dass sie jetzt nicht sehr übersichtlich ist, ich werde sie kurz kommentieren. Natürlich sind dies nur jene Fälle, die bekannt geworden sind. Die Dunkle Ziffer ist bekanntlich viel höher. Was Sie hier sehen, links, sind die diversen Kategorien, nach denen gerechnet wird. Und in der ersten Zeit bis 2005 ist der öffentliche Raum zusammengefasst, auch über Politik und Medien, Beschmierungen und Internet. Das wurde erst später auseinander differenziert. Wenn man sich also jetzt 2013 anschaut und zunächst meint, ah, nur 19 Prozent kommen im öffentlichen Raum vor, so irrt man, denn es sind 19 plus 20 plus 8 plus 8. Das sind 55 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, es ist in etwa gleich geblieben. Was Beschäftigung und Unternehmertum, darüber wird ja heute noch ein bisschen gesprochen werden, Güter und Dienstleistungen, mein Zugang zu Geschäften, Restaurants und so weiter. Also was passiert, wenn zum Beispiel jemand nicht eintreten darf? Es hat ja viele solche Fälle gegeben. Dies wird alles im Rassismusreport dokumentiert. Ich lege Ihnen das Lesen dieses Reports sehr ans Herz. Solche Vorfälle kommen nicht nur in Österreich vor. Das britische Blatt Christian Today meldete beispielsweise am 12. November 2014, dass einer von 20 Engländern in seinem Leben einen religiös motivierten rassistischen Vorfall erlebt hat. Also gut ein Zwanzigstel der Bevölkerung. Was verstehen wir denn unter Rassismus? Worüber sprechen wir hier? Ich möchte Ihnen dazu einige Bilder zeigen. Ich werde Sie jetzt nicht im Detail analysieren, sonst sitzen wir noch lange hier und ich weiß, alle warten schon auf die Brötchen und so weiter. Aber ich möchte doch ein bisschen was dazu sagen. Das Bild, Quelle Zara, das sind Beispiele von typischen Graffiti und Beschmierungen. Asyl, Drohung, Neger, Drohung, Neger, Asyl. Also es ist nicht sehr einfallsreich. Sie sehen auch Hackenkreuze in jeglicher Art. Es geht um Juden raus, Neger raus und so weiter. Das andere Plakat hier ist ein Plakat der ungarischen Jobbik-Partei, der rechtsextremen Jobbik. Und das hier finde ich besonders schrecklich, weil es zum Parasitendiskurs zurückkehrt. Parasitendiskurs war ja, wie Sie sicher wissen, in der Nazizeit sehr prominent. Hier sehen Sie eine Mücke, die also durchgestrichen wird durch ein Stopp-Zeichen. Und es heißt jetzt übersetzt Jobbik 2010, also die Wahlkampagne, beenden Sie das Parasitentum, wählen Sie Jobbik. Wer die Parasiten sind, weiß jeder, der in Ungarn oder die in Ungarn lebt, nämlich Roma und Juden. Ebenso hat Zara hier eine Bank dokumentiert mit Scheiß-Dschuschen. Bänke haben es so an sich, dass sie beschmiert werden. Wir kennen auch viele andere Beispiele aus der Geschichte. Und das hier ist ein anderes Wahlplakat aus der Schweiz. dem wahrscheinlich reichsten europäischen Land, das aber eine sehr hohe Xenophobie hat. Und die Schweizer Volkspartei ist die größte rechtspopulistische Partei in Europa. Und dieses Plakat Sicherheit schaffen, wo dieses religiöse Motiv, das schwarze Schaf wird da rausgestoßen, ist dann durch Europa gewandert. Es gibt Variationen dieses Motivs in Deutschland, bei der Lega Nord, in Barcelona, also die katalanische Bewegung. Also dieses Motiv ist praktisch durch Europa gewandert. Und letztes Bild. Dieses Bild haben wahrscheinlich viele gesehen. Wir sehen vom 22. Oktober 2014, der Grenzzaun zwischen Spanien und Melilla, also in Marokko, wo Migranten oder Flüchtlinge versuchen, den Zaun zu übersteigen. Der Einzige, der eine Leiter hat, scheint dieser Polizist hier zu sein. Und gleichzeitig spielen weißgekleidete Menschen relaxed golf. Diese Zusammenstellung, wenn sie nicht wahr wäre, wäre sie sozusagen gut erfunden, um den krassen Widerspruch in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen. Oft verbreitet sich, und wahrscheinlich auch jetzt hier, Fassungslosigkeit angesichts solcher Bilder oder auch nach Bekanntwerden sogenannter Sager, wie Asyl, ich zitiere, Asylwerber sein mit Erd- und Höhlenmenschen, Ende des Zitats gleichzusetzen. Bald dominieren jedoch Verleugnung, Rechtfertigung und Verharmlosung. Auch oftmals Unverständnis, dass nach den Schrecknissen des Zweiten Weltkrieges, nach der Shoah und den Genoziden im früheren Jugoslawien, in Ruanda und in vielen Teilen der Welt, auch in der Europäischen Union mit allen ihren Antidiskriminierungsrichtlinien noch immer und schon wieder rassistische Vorfälle zu beklagen sind. In meinen heutigen Ausführungen halte ich mich an eine Arbeitsdefinition des Begriffs Rassismus, die zumindestens zwei Ebenen einbezieht. Die Ebene der Ideologie und Meinungen über Gruppen, Fremde, Minoritäten und so weiter und die Ebene der gesellschaftlichen Praktiken. Wer ist in welcher Form einbezogen, wer ist durch welche Maßnahmen ausgegrenzt. Zunächst widme ich mich sehr gerafft dem Rassismusbegriff. Dann will ich Ihnen kurz die Entstehungsgeschichte von Zara erzählen. Eine sehr spannende Geschichte. Danach fasse ich einige Ergebnisse aus zwei internationalen Studien zum Alltagsrassismus und Formen der Ausgrenzung zusammen. Und schließlich will ich mit Ihnen zusammen überlegen, was zukünftig gemacht werden könnte. Wie können wir alle diese wunderbare Initiative, diese Institution unterstützen? Um das komplexe Phänomen Rassismus zu erfassen, bietet sich das Konzept des synkretischen Rassismus an. Darunter verstehe ich die Konstruktion von Unterschieden, die der ideologischen, politischen und oder praktischen Diskriminierung auf allen gesellschaftlichen Ebenen erlaubt. Alte und neue Stereotype und Vorurteile bilden eine Mischung ausgrenzender Praktiken, man kann sie sozusagen aus einem großen Sack je nach Bedarf herausziehen, die eingesetzt werden, wann immer sie politisch opportun erscheinen. Zum Beispiel, wie wir alle aus Österreich gut kennen, um Stimmen zu gewinnen durch die Herstellung von Angst. Schauen wir uns noch die Definition in den EU-Antidiskriminierungsrichtlinien an. Ich habe sie hier nur sehr gerafft zusammengefasst. Jeder Mitgliedstaat wird Vorsorge treffen, dass die folgenden Handlungen strafbar sind. A. Die öffentliche Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen eine nach den Kriterien der Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationale oder ethnische Herkunft definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe. Das ist also Verheizung. Die Begehung einer der im Buchstabe A genannten Handlungen durch öffentliche Verbreitung oder Verteilung von Schriften, Bild oder sonstigem Material und C. Das öffentliche billigen Leugnen oder gröbliche Verharmlosung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und dann geht das noch in einigen Paragrafen weiter. Meist nicht bekannt, dass wir diese Richtlinien auch unterschrieben haben. Wir Österreich. Zusammengefasst können wir also in Bezug auf ausgrenzendes und diskriminierendes Sprachverhalten wie folgt feststellen. Sprache ist immer auch Handeln. Was gesagt wurde, gilt. Es ist nicht, dass man nur gemeint hat, aber nicht gesagt hat oder nur gesagt hat und es ohnehin nicht sagen wollte und so weiter. Sprache kann Gewalt vorbereiten. Oft handelt es sich um explizite Aufforderungen zur Gewaltanwendung in der Anonymität der Graffitis, wie eben sichtbar, oder in der Explizitheit von Plakaten, Comics, Karikaturen. Die diskursive Konstruktion von wir und den anderen ist zunächst die Grundlage von vorurteilsbehafteter Wahrnehmung und eben solchen Diskursen. Diese Konstruktion führt dann zu einer Verallgemeinerung negativer Zuordnungen an die anderen und verwendet dann schließlich viele Argumente, um diese Ausgrenzung auch zu rechtfertigen. Das ist also immer wieder ein Muster, das so durchlaufen wird. Die diskursiven Realisierungen können mehr oder weniger verstärkt oder abgeschwächt, mehr oder weniger implizit oder explizit sein, abhängig von historischen Konventionen, Normen politischer Korrektheit und dem spezifischen Kontext. Gesellschaften müssen sich mit Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontieren und versuchen die Gründe solcher Vorkommnisse zunächst zu erfassen, zu verstehen und zu erklären, um dann alles zu unternehmen, um Einstellungen und Ideologien, die Ausgrenzung rechtfertigen, ja sogar manchmal als gerechtfertigt fordern, zu verändern und zu unterbinden. In der mir nur kurz zur Verfügung stehenden Zeit kann ich nur wenige Dimensionen ansprechen, die Diskriminierung und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft fördern beziehungsweise eben nicht verhindern. Zunächst jedoch lade ich Sie ein, mit mir den Beginn von ZARA nachzuvollziehen, wie nämlich einige wenige, sehr mutige junge Menschen ehrenamtlich und freiwillig begonnen haben, sich gegen die scheinbare Gesetzmäßigkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung im Sinne von, das ist eben so, zur Wehr zu setzen. Wir schreiben die Jahre 1996, 1997. Damals war weltpolitisch gesehen noch Bill Clinton Präsident in den USA. Die britische Kolonie Hongkong wurde mit einem besonderen Vertrag an China übergeben, Prinzessin Diana kam bei einem Autounfall um und die Grenzkontrollen zwischen Deutschland, Österreich und Italien wurden beseitigt. Die Welt der Kinder wurde durch die Publikation des ersten Harry-Potter-Romans ein für allemal verändert. Österreich stand noch im Schock nach den tödlich verlaufenden Attentaten auf vier Roma in Oberwart 1995. Die Welt noch im Schock nach dem Massaker 1995 in Srebrenica und dem Genozid in Ruanda. Die umstrittene erste Wehrmacht-Ausstellung zu den Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht wurde 1995 in Hamburg eröffnet und begann ihre durch mannigfache Kontroversen begleitete Tournee durch Deutschland und Österreich. Von der großen Welt zurück nach Österreich. Einige Jahre vor 1996, 1997. Seit 1989 kam es, wie Sie alle sicher wissen, zu einem Anstieg von Fremdenfeindlichkeit. Ein Ergebnis der sogenannten Ostöffnung und des Falls des Eisernen Vorhangs. Hier sehen Sie, wie Alois Mock und Jula Horn das berühmte Bild, den Eisernen Zaun durchschneiden bei Sopron am 27. Juni 1989. Solange die sogenannten Fremden, wie viele meinten, zu Hause blieben und ihr Land aufbauten, war ja alles in Ordnung. Wer sind nun diese illegalen Fremde, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, ökonomischen Flüchtlinge und so weiter und so weiter. Hier unterscheiden wir zwischen dem sogenannten modernen Fremden. Dies war, wie Georg Simmel zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgestellt hat, der Jude als kultureller Fremde, der Archetyp des Fremden. Und er hat das damals sehr schön definiert, Fremde sind nicht Mitglieder. Sie sind weder nahe noch fern. Sie sind zwar in der Gesellschaft, aber es gibt immer irgendwie eine Distanz zwischen uns und diesen anderen. Und den postmodernen Fremden, wie von Sigmund Baumann vorgeschlagen, diese sind nun schwach und verlassen, marginalisiert. Jetzt in der neoliberalen Gesellschaft wird Fremdheit privatisiert einerseits und global andererseits. Baumann verweist auch auf zwei Strategien im Umgang mit den Fremden, die beide mit Essen zu tun haben. Einerseits können Fremde verschlungen werden, das ist assimiliert, oder man spuckt sie aus. Das heißt, man deportiert sie. Im Englischen, wie er das geschrieben hat, heißt das devouring or vomiting. Ich finde das eine sehr treffende Metaphorik. Wollten nun aber Rumänen, Polen oder Ungarn gar über die nun offenen Grenzen zu uns kommen, dann waren sie nicht willkommen. Sie schauen ja anders aus und seien eine Gefahr für den Fremdenverkehr, meinte damals schon der oberösterreichische Landeshauptmann Ratzenböck. Und außerdem, so meinten viele Gewerkschaftler, würden sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Vielmehr, so der damalige Parteiobmann der FPÖ, Jörg Haider, der 1992, 93 das Volksbegehren Österreich zuerst lancierte, wollten sich diese Fremden nicht integrieren und bedrohten unsere Kultur. Anmerken will ich hier, dass viele Forderungen dieses Anti-Ausländer-Volksbegehrens im Zuge der Normalisierung, wie ich das nenne, von Ausgrenzung inzwischen in die fremden Gesetzgebung Eingang gefunden haben. Aber dazu noch später. Als Antwort versammelten sich hunderttausende Menschen, Regierungsmitglieder eingeschlossen, im Lichtermeer 1993 am Heldenplatz. Ein sehr schönes Bild. Der damalige Wissenschaftsminister Erhard Busseck richtete gleich 1993 einen Forschungsschwerpunkt Fremdenfeindlichkeit ein, bei dem auch Thön van Dijk und ich 96 bis 99 ein Projekt durchführten. Racism at the top. Eine diskursanalytische Untersuchung zu Parlamentsdebatten über Migranten und Migrantinnen in fünf europäischen Ländern. Generelles Ergebnis unter vielen. In allen fünf Ländern, Spanien, Frankreich, England, Österreich und Holland, waren Fremde nicht willkommen. Der ausgrenzende Diskurs war jedoch unterschiedlich explizit. Die fremdenfeindliche Stimmung wurde immer intensiver, getragen vor allem von der FPÖ und den Boulevardmedien. Erinnern wir uns nur an den Wahlkampf 1999, der vom xenophoben FPÖ-Slogans quasi überrollt wurde. Werfen wir nun einen Blick von der großen Welt von Österreich kommend auf das Institut für Sprachwissenschaft an der Universität Wien. 1996 organisierte ich ein Seminar, das unser Projekt Racism at the top begleiten sollte zu Sprache und Rassismus. Verena Krausnecker, die auch hier sitzt, eine Seminarteilnehmerin, machte für ihre Seminararbeit Feldforschung zu den Bescheiden der Fremdenpolizei, die Ansuchen auf Aufenthaltsgenehmigung in Österreich beurteilten und meist ablehnten. Verena kam völlig entgeistert in meine Sprechstunde und zeigte mir Bescheide, die von impliziten und expliziten Vorurteilen nur so strotzten, dass sich die Ansuchenden nicht anpassen würden, nicht arbeiten wollten und so weiter und so weiter. Diese Feldforschung führte Verena auch zu einer seit 1992, 1993 laufenden Aktion der Hochschülerschaft der Juristen namens Helping Hands, schon erwähnt worden. Dort traf sie den Juristen Dieter Schindlauer, einer der späteren Obleute von ZARA. Bald darauf wurde Verena im Rahmen einer EU-Förderung auch einige Monate bei Helping Hands angestellt. Diese persönlichen Erfahrungen gaben schließlich den Anstoß zur Gründung von ZARA 1999, nämlich in Verenas Küche. Verenas Mutter schenkte spontan den drei Anwesenden, Dieter Schindlauer, Johanna Landgrebe und Verena, erste 10.000 österreichische Schillinge. Das sind etwa 700 Euro, damit sich diese ein Lokal mit Telefonanschluss mieten konnten. Einige ausrangierte Möbel der niederösterreichischen Landesregierung, die damals gerade umgezogen war, wurden von der Straße abgeholt. 1999, also noch vor dem Beginn von Schwarz-Blau, wurde ZARA gegründet. Das Drucken des ersten Rassismus-Reports, wie heute schon von Pia erwähnt, von Christian und Ingrid Reder als Privatpersonen finanziert. Bald darauf kamen auch Claudia Schäfer, zunächst Journalistin, und Xiane Kangela Rabinovic hinzu. Der Slogan damals hieß, dass ZARA letztlich überflüssig werden sollte. Auch das haben wir heute schon gehört. Es sollte, so war die Vision, keinen Rassismus mehr geben, dann bräuchte man auch keine Antirassismus-NGO. Es ist wichtig, sich die vielen Zufälle vor Augen zu führen, die letztlich zur Gründung einer solch großartigen, professionell arbeitenden Institution führten. Ich betone hier auch den eminent wichtigen und wünschenswerten Zusammenhang zwischen Forschung, Lehre und Praxis. Der Begriff Zivilcourage ist damals wie heute von besonderer Relevanz. Nicht wegschauen ist die Devise. Wegschauen hatte in Österreich eine lange Tradition. Wie wir alle wissen, Mann, Frau hat ja nichts gewusst, gesehen oder gehört, als unschuldige Menschen deportiert wurden. Diese traurigen Erfahrungen aus der Vergangenheit sollten wir alle zum Anlass nehmen, sehr wohl hinzuschauen und auch aktiv zu werden, wenn Menschen ausgegrenzt und diskriminiert werden. Täglich, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, in den Schulen, in unserer Umgebung. Der deutsche Soziologe Jürgen Link hat den Begriff der Normalisierung eingeführt, um wichtige Tendenzen in heutigen Gesellschaften zu beschreiben. Darunter versteht er die Korrektur, Formung und Regulation von Subjekten durch moderne Formen der Macht, insbesondere, wie er das nennt, der Disziplinarmacht. Zur Normalisierung dienen Statistiken, Richtlinien, jede Menge Daten und auch Gewohnheiten. So werden immer wieder neue Normalitäten geschaffen. Heutzutage beobachten wir, so meine ich, eine Normalisierung von Ausgrenzung und Diskriminierung. Abgesehen von Sensationen und Tabubrüchen, wie manchen Sagern, wobei auch solche Tabus letztlich normalisiert werden, sie müssen immer ärger werden, damit man überhaupt aufmerksam wird, haben sich viele an die sogenannten Sager gewöhnt. Oder auch an diskriminierende Darstellungen in Medien und auf Plakaten. Jene, die sich aufregen, werden schnell als Gutmenschen abqualifiziert und diffamiert. Also leicht naive Menschen mit falschen Illusionen. Oder man geriert sich schnell als Opfer einer Kampagne, die einen mit einer Rassismuskeule bedrohe. Eine typische Opfertäterumkehr. Ebenso schnell hören wir viele Disclaimer, nämlich, dass die jeweiligen Politiker und Politikerinnen ohnehin viele türkische, jüdische oder israelische Freunde hätten. Und dann kommt immer Aber. Verfahren werden eingestellt, da sich offenbar nicht nachweisen ließe, dass es sich bei bestimmten Comics, Karikaturen oder Sagern tatsächlich um rassistische Ausgrenzungen handelt. Das verwundert. Denn die Definitionen nach den schon zitierten europäischen Richtlinien sind explizit und deutlich genug. Sie müssten nur implementiert werden. Dass sogar oft von Polizisten gefolterte Menschen jahrelang um ihr Recht kämpfen müssen, will ich erst gar nicht länger ausführen. Ich will nun noch aus den vielen vorhandenen europäischen Studien kurz zwei Beispiele herausgreifen. Eine Studie über zehn Jahre Berichterstattung in 15 nationalen und drei regionalen britischen Zeitungen mit dem Namen RASIM, Refugees, Asylum Seekers and Migrants, und eine vergleichende Studie über institutionelle Diskriminierung in acht europäischen Mitgliedstaaten, wobei wir auch in Fokusgruppen die Stimmen von Migranten und Migrantinnen dokumentieren konnten. Dieses Projekt hat das bezeichnende Akronym Xenophobe. Zusammenfassend ergab sich bei RASIM, und ich habe Ihnen hier eine kleine Collage von britischen Boulevardzeitungen und deren Schlagzeilen zusammengestellt, Daily Express, Daily Mail, The Mirror und so weiter. Es ergab sich zusammenfassend, dass die Begriffe Migranten, illegale Migranten, illegale Flüchtlinge und Asylwerber größtenteils austauschbar sind. Alle Ausländer wirken offenbar bedrohlich. Es findet sich keine systematische Differenzierung der Bedeutungen beziehungsweise keine explizite Begründung dafür, warum und wann das eine oder andere Konzept eingesetzt wird. Und Sie sehen hier auch, dass immer nur von Migrants die Rede ist und von foreign murderers and rapists send them back home, Roma migrant invasion. Sie haben also die unglaubliche Konstruktion von Angst. Diese Art der Berichterstattung überwiegt in der Boulevardpresse, kommt aber auch in den seriösen Blättern vor, wie The Guardian, The Daily Telegraph and The Observer. Abgesehen vom Guardian wurde kaum über Individuen, Kinder, Frauen, Männer und ihre schrecklichen Schicksale geschrieben, sondern vor allem über das sogenannte Ausländer-Problem hervorgehoben beziehungsweise verschiedenste Zahlen angeführt, Normalisierung, ohne jegliche Beweislage. Es geht also nicht um Menschen, sondern um Naturkatastrophen, Flüchtlingswellen, um Drogenprobleme und um erhöhte Kriminalität. In allen Zeitungen finden sich auch die üblichen Standardargumente, sogenannte Topol, ohne jegliche empirische Grundlage. Dass Ausländer notwendigerweise den Sozialstaat ausnützten, sich nicht anpassen wollten und dass die Kriminalität unter Ausländern statistisch signifikant höher wäre, kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. In dem EU-Projekt Xenophobe analysierten wir, abgesehen von Interviews mit Arbeitgebern, Politikerreden und den jeweiligen nationalen Fremdengesetzen, auch 48 Fokusgruppen. Diese wurden in verschiedenen Regionen durchgeführt. In Österreich machten wir sie in Wien, Bregenz, Innsbruck und Eisenstadt. Eine Fokusgruppe bestand in etwa aus zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus den größten Migrantengruppen in Österreich, aus Türken, Türkinnen, Polen, Polinnen und Menschen aus dem früheren Jugoslawien. Wir führten auch eine Fokusgruppe mit sogenannten privilegierten Migranten durch, das heißt mit jenen Leuten, die in internationalen Organisationen arbeiten und daher ein ganz anderes Leben haben, als sozusagen die normalen Migranten und Migrantinnen. Wir haben diese Fokusgruppen verschriftet und im Detail systematisch analysiert. Die genaue Analyse ist in dem Buch The Politics of Exclusion, das ich mit Michael Krzychanowski verfasst habe, dokumentiert. Im Folgenden nur eine von vielen Geschichten, die wir in der Fokusgruppe gehört haben, von einer österreich-türkischen Migrantin, 45 Jahre alt, zweite Generation, 2004 aufgenommen. Zum Beispiel einmal auf der Donauinsel, wir waren zusammen mit ihr und eine Österreicherin, sie war mit Fahrrad und ich glaube, ihr Sohn war dabei und sie bleibt einfach stehen und sagt, schau mein Schatzi, die sind Chuschen, die sind Dings, Ausländer, nenne sie halt so und so und wir schauen sie so an und wir waren so enttäuscht und dann hat sie angefangen zum Schreien und so. Und das geht dann noch weiter und das ist nicht eine besonders schreckliche Geschichte, wir haben hunderte solche Geschichten. Viele Fokusgruppen-Teilnehmerinnen erzählten uns auch über den Blick, dass sie häufig derart böse angeschaut würden, sodass sie sich am liebsten gleich in Luft auflösen würden. Männer wie Frauen. Migranten sollen also viel arbeiten, aber in der Freizeit und auch sonst im öffentlichen Raum unsichtbar bleiben. Kehren wir zu ZARA zurück und ich komme auch zum Ende. Verena gab 2005 auf, weil sie einfach zu müde war, um weiterzukämpfen, weil es in Österreich zu wenig Raum für Antirassismus gab und gibt, weil es in den ersten sechs Jahren unmöglich war, wie sie im Spektrum der Presse im Juli 2005 schrieb, ich zitiere einmal die Summe von 125.000 Euro zu erhalten, um den Minimalbetrieb aufrechterhalten zu können. Ende des Zitats. Hunderttausende Euro wurden 2005 für viele Gedenkfeiern anlässlich des sogenannten Gedankenjahres ausgegeben, aber nicht für Antirassismusarbeit. So schreibt sie, das Team könne nur bis August 2005 bezahlt werden, aber das sogenannte, ich zitiere, Haus der Heimat, ein Vortragsort mit rechtsextremen Vortragenden, erhielt damals, sage und schreibe, fast 5 Millionen Euro. Dennoch war Verena überzeugt, dass ZARA weiter bestehen würde und sie hatte, wie wir rückblickend wissen, Recht. Finanziell schaut es allerdings nicht wesentlich besser aus und jetzt bin ich die Vierte, die das wiederholt. 40 engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten für ZARA, davon 10 ehrenamtlich. Das derzeitige Budget, habe ich mir sagen lassen, beträgt in etwa 350.000 Euro im Jahr. Jetzt dividieren Sie das mal so ordentlich durch und Sie sehen, wie wenig Geld ist. Das ist inklusive Infrastruktur und alles. Jedes Jahr werden dennoch neue Projekte ins Leben gerufen, neue Workshops initiiert. ZARA hat trotz aller widrigen Umstände wirklich unglaublich viel erreicht. ZARA hatte sich zum Ziel gesetzt, überflüssig zu werden. Das setzt voraus, dass es keinen Rassismus, keine Ausgrenzung und Diskriminierung mehr gibt. Das wird leider, wie auch schon Herr Bundesminister gesagt hat, nicht der Fall sein. Daher sind wir alle besonders dankbar, dass es euch gibt und dass ihr weiterhin Kraft wie Mut habt, trotz aller Hindernisse weiter zu wirken. In dem Rassismus-Report 2013 sind 15 Forderungen an die Politik und Regierung angeführt, die es umzusetzen gilt. Beispielsweise hat Österreich noch keinen umfassenden nationalen Aktionsplan erstellt, der die Forderungen von Durham 2001 und der EU adäquat umsetzt. Das Protokoll Nummer 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist noch nicht ratifiziert. Rassismus in öffentlichen Institutionen, etwa bei der Polizei, sollte endlich wirksam bekämpft werden. Dafür gibt es genügend hervorragende internationale Beispiele, wie von britischen Institutionen, die seit vielen Jahren Richtlinien für Polizeiarbeit erstellt haben. Und vieles mehr. Ich selbst wünsche ZARA weiterhin viel Erfolg für die besonders wichtige Arbeit und erinnere abschließend an eine hervorragende Kampagne vor vielen, vielen Jahren in Wien. Vielleicht könnte diese wiederbelebt werden. Ich hast Kolleritsch, du hast Kolleritsch. Warum sagen es zu dir, Tschusch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.